Seit 50 Jahren werden im Messezentrum Nürnberg Kongresse Events oder Messen durchgeführt. Die Spielwarenmesse ist allen voran die größte. Genau die gab auch den Anstoß, um das XXL-Gebäude zu bauen. Denn in den 1960er Jahren wurde die internationale Spielwarenmesse entwickelt. Dafür sollte ausreichend Platz bereitgestellt werden. Mit ins Boot geholt wurde der damals 29-jährige Architekt Hans Sidon. Ich bin zu der Planungsgesellschaft dazu gestoßen als Mitarbeiter, als freier Mitarbeiter und habe als Projektleiter dann die Durchführung übernommen. Die wichtigste Besonderheit ist die wohl einmalige Architektur der Decke. Das war ja für die damalige Zeit eine Revolution, nicht in Beton oder Stahl zu arbeiten. Eine Dachkonstruktion in Holzleinbinder zu bauen, war auch für die Messe, Spielwarenmesse, etwas Besonderes. Eine weitere Herausforderung gab es allerdings bei der Umsetzung. Die Beton-Kassettendecken, die auf der großen Straße produziert wurden, vor Ort produziert wurden, weil die Deckenplatten so groß waren und so groß sind, dass sie nicht transportiert werden konnten über die Straße. Und deswegen wurde auf der großen Straße extra eine Betonfabrik errichtet. Für Sidon ist und bleibt die Nürnbergmesse ein Projekt, an das er sich immer erinnern wird. An sich war das Projekt in der Struktur und in der Form vom Wettbewerb her sehr interessant. Und für mich als junger Architekt war das eine Herausforderung und an sich auch eine Begeisterung, dieses Projekt durchzuziehen. Nach knapp 16 Monaten Bauzeit und einer Investition von rund 100 Millionen D-Mark wird das Zentrum dann 1973 feierlich eröffnet. Knapp einen Monat später findet dann gleich die 24. Internationale Spielwarenmesse dort statt, in zehn Hallen auf rund 70.000 Quadratmetern. Seitdem ist die Messe immer wieder gewachsen, zum Beispiel mit der Halle 3C. Die nimmt dann im November 2018 den Betrieb auf. Heute gibt es 16 Ausstellungshallen auf 180.000 Quadratmetern, Säle, Kongresscenter und eine Multifunktionshalle. Bis heute findet die Spielwarenmesse im Messezentrum in Nürnberg statt. 2023 vom 1. bis zum 5. Februar. lt bis zum 5. Februar. Bis zum 5. Februar. …